100% der Frauen werden früher oder später betroffen sein und bis zu 70% haben dadurch mäßig bis sehr schwere Einschränkungen in der Lebensqualität. Lasst uns mal über die Wechseljahre sprechen. Man möchte meinen, bei so einem wichtigen Thema, was ja unglaublich relevant zu sein scheint, sind die Frauen gut aufgehoben, gut versorgt und es wird ihnen gut geholfen. Mitnichten. Und das hat mehrere Gründe. Und der erste Grund, der wird euch ziemlich aufstoßen und wahrscheinlich auch schockieren. Denn das Thema Wechseljahre findet in der Ausbildung zu Fachärztinnen und Fachärzten einfach gar nicht statt. Im Studium lernen wir unglaublich viel, ganz breit gefächert. Die Frauenheilkunde ist von dieser gesamten Torte Medizinwissen natürlich ein mini kleines Stück. Und von diesem schon sehr kleinen Stück ist das Thema Wechseljahre fast nichtig. Natürlich lernen wir so ein paar Basics, aber niemals unumfängliches Wissen über dieses hochkomplexe Bild der Wechseljahre. Dann denkt man sich nach dem Studium, okay, jetzt kommt ja die Fachärztin-Facharztausbildung zum Frauenarzt oder zur Frauenärztin. Jetzt lerne ich ja, was es mit den Wechseljahren auf sich hat. Auch weit gefehlt, denn wir alle müssen und sollen in einer Klinik lernen. Das Akutgeschäft, das können wir auch aus dem FF. Man kann uns nachts wecken und wir können Notfälle sofort handeln. Das alltägliche Praxisgeschäft, wenn dann einige aus der Klinik doch sagen, sie möchten in eine Praxis. Thema Verhütung, Thema Wechseljahre. Thema findet nicht statt in diesen Kliniken. Dieses Thema gibt es einfach nicht auf dem Lehrplan. Wenn also jemand nach der Klinik sagt, ich möchte in die Praxis, dann hat man entweder die Option, sich extrem gut einzulesen und extrem in die Tiefe dieser Materie zu begeben, weil man Lust drauf hat, weil man Spaß dran hat. Oder man lässt es halt so halbgar schleifen und guckt, dass man irgendwie über die Runden kommt. Und mal ganz unabhängig von dem eigenen Motivationslevel darf es nicht sein, dass man bei so einem relevanten, wichtigen Thema überhaupt Eigeninitiativ sein muss. Das ist ein Thema, was absolut aus dem FF gekonnt werden muss, wenn man vor Frauen sitzt, die mit diesen Beschwerden zu einem kommen. Und das ist ja zwangsläufig der Fall. Wir erinnern uns, 100 Prozent der Frauen werden in die Wechseljahre kommen. Das ist einfach Fakt. Und fast 70 Prozent haben auch Beschwerden. Wir haben also zwei Drittel der Frauen, die irgendwann in den Wechseljahren sind, die wir therapieren müssen, denen wir helfen müssen. Und das Ganze eben ganzheitlich. Das ist ja nicht nur ein Bereich der Gynäkologie, sondern es geht ja viel weiter. Wir reden über Bewegungstherapie, Ernährungstherapie. Wir reden auch über psychische Faktoren. Es ist ein wirklich großes, komplexes Bild. Zweiter großer Faktor, der dazu führt, dass dieses Thema einfach nicht stattfindet, ist die Tabuisierung in der Gesellschaft. Und das fängt schon an zwischen Freundinnen, die dieses Thema überhaupt nicht ansprechen möchten, weil es ihnen unangenehm ist, weil es einfach dazugehört. Wechseljahre hat ja jede Frau. Da muss jede Frau durch. Die eine hat es halt ein bisschen schlimmer, die andere ein bisschen weniger schlimm. Es wird sich nicht drüber unterhalten. Allein schon im Privatleben. Gesellschaftlich fragt dich auch kein Mensch, keine Chefin und kein Chef am nächsten Morgen, ob du gut geschlafen hast. Wenn du wegen Hitzewallungen und Schlafstörungen und Depressionen vielleicht nur ein bis zwei Stunden Schlaf hattest, aber um 6.30 Uhr klingelt der Wecker und du bist erwerbstätig und musst wieder zur Arbeit und weiter funktionieren, einfach weil es so verlangt wird, dann stimmt irgendwas am System nicht. Denn dieses Thema gehört enttabuisiert. Der nächste große, große Fehler im System, dass Gespräche und auch das Thema Wechseljahre in den Praxen im Abrechnungssystem eigentlich nicht stattfindet. Wenn also Frau Müller vor mir sitzt und ich berate sie über die Wechseljahre, dann kann ich bei gesetzlich versicherten Patientinnen überhaupt nichts abrechnen. Es gibt einfach keine Ziffer für eine Wechseljahresberatung. Es gibt auch keine Ziffer für eine Kinderwunschberatung. Das gesprochene Wort wird einfach nicht honoriert und das seit Jahrzehnten. Und das ist eben das größte Problem, denn wir alle, auch du, wir wollen Geld verdienen. Und wir wollen für unsere Leistung auch gebührend honoriert werden. Das ist völlig legitim und in Ordnung. Passiert das nicht, ist unser Motivationslevel, uns auf diesem Gebiet richtig reinzuhängen und den Frauen ganz langfristig und ganzheitlich zu helfen, natürlich sehr gering. Denn wenn ich mich eine halbe Stunde mit jemandem auseinandersetze und nur spreche, dafür 0,0 Cent abrechnen kann, dann macht das auf lange Sicht keinen Sinn, wirtschaftlich und auch keinen Spaß, motivationstechnisch. Und es kommt ja sogar noch schlimmer. Wenn ich einer Frau Blut abnehmen möchte, um eventuell eine Therapie zu erwägen oder einfach zu schauen, wie stehen wir denn hormonell gerade da, dann geht das von dem Budget der Praxis ab. Das Budget ist sehr begrenzt. Mit einer Hormonbestimmung ist das Budget eigentlich schon gesprengt. Das heißt, ich mache als Praxis einen Draufzahler, wenn ich einer Frau Hormone bestimme. Und dann wollen wir das Ganze ja professionell, interdisziplinär angehen. Die Frau hat vielleicht psychische Probleme, was am Hormonmangel liegen kann. Und deswegen braucht sie natürlich auch eine psychische Anbindung. Hier erst mal terminlich jemanden zu finden, auch wo man dann zusammenarbeitet als Praxen und das gegeneinander abstimmt. Das kann ja in der Realität schon mal gar nicht funktionieren, wenn ich in der Praxis dort anrufe und möchte einen Termin und kriege erst in sieben, acht Monaten Unterstützung. Dann ist auch diese Überweisung oder auch ein Rezept für eine Physiotherapie, für eine Ernährungstherapie schon wieder eine Leistung, die oft aufs Budget geht. Und auch hier, wir haben ja schon gelernt, das Budget ist ja eigentlich schon aufgebraucht. Ich verdiene aber keinen Cent. Also mache ich mit der Patientin, die 100% zu mir in die Praxis kommt, der unbedingt geholfen werden muss, mache ich schon ein Minusgeschäft. Bei jedem Medikament, was wir uns holen, ist ein riesen Beipackzettel dabei, was alles passieren kann, die Nebenwirkungen, die eventuell stattfinden können, wenn ich dieses Medikament einnehme. Es müsste auch einen Beipackzettel geben für die Konsequenzen eines Hormonmangels. Denn ein Hormonmangel, den ja 100% der Frauen haben werden, ist gesundheitsschädlich. Das ist Fakt. Man hat ein erhöhtes Diabetesrisiko. Man hat ein erhöhtes Risiko für Osteoporose. Man hat ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, vom Schlaganfall bis über den Herzinfarkt. Man hat ein erhöhtes Risiko für Schilddrüsen-Problematiken. Man hat ein erhöhtes Risiko für depressive Episoden bis hin zu schwerwiegenden Depressionen. Man hat einen Libido-Verlust, man hat Schlafstörungen, die auf lange Sicht einfach nicht gesundheitsfördernd sind. Und das sind nur ein paar Beispiele von den Risiken, die einen Hormonmangel bergen. Also alles Aspekte, die ja beachtet werden müssen und die ja langfristig auch beobachtet werden müssen. entwickelt die Frau einen Bluthochdruck, entwickelt die Frau eine Schilddrüsen-Unterfunktion, entwickelt sie Übergewicht, Libido-Verlust, Schlafstörungen, Hitzewallung etc. Das muss ja gemonitort werden, wird es aber nicht. Was also bleibt den Frauen übrig, außer sich irgendwie versuchen selbst zu helfen, wofür sie aber auch einfach nicht ausgebildet sind? Es bleibt ja nicht viel über. Und das ist auch der Grund, warum ich mir überlegt habe, mit vielen Expertinnen zusammen ein Wechseljahrescoaching zu machen, wo man einfach langfristig und nachhaltig begleitet wird und das Ganze ganz individuell und interdisziplinär. Wir haben also Expertinnen eingeladen, die mich unterstützen, euch zu helfen. Und das ist ein Gesamtpaket, was eben nicht nur einen Monolog beinhaltet, sondern eben den Dialog. Ich möchte und wir möchten von euch wissen, wie geht es euch, hat die Therapie eingeschlagen, was kann man machen, ganz individuell. Denn so individuell, wie wir alle sind, so individuell können eben auch die Wechseljahre sein. Die eine Frau hat mehr Hitzewallung, die andere mehr Schlafstörungen, die nächste ist einfach psychisch am Ende. Und hier gilt es anzugreifen, zu helfen, denn wer anders macht es gerade nicht.